Danke, ihr habt auch gut gearbeitet. Boah, jetzt noch mal T-Fighter auf drauf, ja, als Dessert. Weiter geht's im Krieg mit den Rebellen und dem Imperium. Mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Wir haben ja die Jammer-Chips zerstört, um die Scouts, also unsere Speer, zu rächen. Und das hier alles mal ein bisschen in Ordnung einkehrt. Eigentlich wollten wir feiern gehen, aber uns erwartet wohl noch eine andere Mission. Boah, ich kann Auge machen. Bruder, bist du okay? Ich nehm das mal als Ja. Ich rede schon mit denen hier, ne? Du bist richtig, Gunny. Aber trotzdem, schön fliegel da draußen. Sprecher von Fancy Fliegel, ich dachte mir über den Dragon Boyd run von ein paar Jahren zurück. Du siehst das, Kio? Oh, sicher, ich habe das ganze Ding auf dem Holonet. Ja, ich auch. Ich habe das ganze Ding gesehen, aber für die Leben, ich kann nicht erinnern, wer gewinnen. Ich glaube, es war eine der Asch-Twins. Nein, warte, Delon-Voote. Ja, das ist es. Boah, er war etwas anderes, dann. In fact, the only pilot I've seen that comes close since is Kio here. Oh, come on. Delon-Voote's got nine championships under his belt. I've only got five. Well, fun as this is, Commander Javes has someone special waiting for us in the briefing room. Let's get in there and find out what's next. Aight? Kann man hier noch? Boah, ich kann 360. 360, no-scope. Ohne Snapper, ohne Waffe, ohne gar nichts. Oh, jetzt ist es verschwindlich. Warte, gucken wir mal, wer da drin ist. Oh. Oh, medizinischer Konvoi. Sind da paar Pflanzen an Bord gewesen. Oh. Ich kann für beide von uns. Komm, mirer, wirst du. Wedge Antilles, Rogue Squadron. Ich höre, dass du das ist, dass ich endlich ein Karmes durchführen konnte. Ja. Das ist ein Problem von Star Destroyer, der Vanguard kann mir helfen. Wir brauchen einen Stardestroyer für Projekt Starhawk, in Takt. Jetzt werden wir prüfen, was Vanguards von Vanguards gemacht haben. Wedge, wenn du möchtest? Ja, Wedge. Dann, ne? Oh. Garth Brisk. Der sieht genauso aus wie Bosk, nur mit einer anderen Haut. Lederfarbe, Schuppenfarbe. Hat der eine Haut? Kann man Hautfarbe bei dem sagen? Der hat doch keine Haut, der hat Schuppen. Oder Platten, oder was auch immer. Brief uns. Wie Sie haben gehört, Talos Group hat den Imperialen Stardestroyer, Victorum, über die Planeten Yavin. Sie sind schwer, aber es hat eine große Chance für uns zu kommen, und nicht nur die Stardestroyer des Stardestroyer, sondern zu vermeiden. So, first, wir müssen uns ein paar Hubschrauben geben, indem wir die Turrets entfernen. Natürlich, wenn wir auch die Targeting System nehmen können, das baut uns noch mehr Zeit. Next, we need to prepare the Star Destroyer for boarding. You'll need to find a potential breach point in the Victorium's hull, preferably near the bridge. Once you find a good spot, bombard it until the hull is breached. However, we can expect that the Victorium still has plenty of TIE Fighters. They will try to stop us. Once the skies are clear, we can bring in the boarding team. While our troops capture the bridge, Vanguard will defend the exterior from reinforcements. Once the boarding team has seized the bridge and is in control of the Star Destroyer, we'll rendezvous with the Temperance. Okay, I think I accidentally made stealing a Star Destroyer sound simple. Let's hope it is. Hmm. I haven't touched on it, but apparently we have to destroy the stars. Uh, I can do it there. Auge machen. A Star Destroyer? Aren't you tossing him in the deep end a little early, Lyndon? Vanguard can handle it. Can't you? Besides, Project Starhawk needs that Star Destroyer for... Well, you know. Wedge may end up at the Battle of Yavin. He knows that system better than the Empire ever will. You'll be fighting on the rebellion's old turf. So if Wedge has any advice, he'll be smart to listen. You know, a wounded Krakana can still bite. Just watch yourself around that Star Destroyer, huh? Get out there as soon as you can. Yeah. Then we go out, right? Or can I still... Wedge, and he'll give me something else to tell you about the speedy introduction. But Talos' group was kind of me to get reinforcements fast. Your commander says you have talent. Enough to steal a Star Destroyer and get away with it. I think we're going to have a Rogue Squadron for this. But General Syndulla gave me a temporary assignment to Project Starhawk. Meanwhile Rogue is handling... Well... That's classified too. The General... Sag's me doch einfach. You commander and I have something in common. I once flew for the Empire too. The Skystrike Academy. Turning to the rebellion was the smartest move I ever made. I wish more of my friends had done the same. Look, I appreciate the talk, but Talos' group is waiting for us. Willst du mir doch irgendwelche Infos geben? Irgendwelche super geheimen Fight-Tipps oder so Bullshit? Du gibst mir gar nichts. Außer ein bisschen Smalltalk. So entscheidest, ich will dich bewegen. Ich sehe nicht mal meinen Kopf, mein Körper, gar nichts. Ich kann... Oh mein Gott, warum? Warum? Das ist voll irritierend. Wozu habe ich mein Gesicht und alles und so gemacht? Oder meinen Namen, Lando Karrissian? Ja, es sieht doch alles ganz gut aus hier, ne? Ja. Ja. Wir halten uns auf den Start vor. Got you outfitted with Ion Missiles. They disable enemy fighters and they'll disable subsystems on enemy capital ships too. Cool! That was Gates! Da-da-da-da-da-da! Ja, ich kann mir gut gebrauchen. Heißer roter Nebel. Okay. Ei, ei! Wir haben uns kurz am Start zum Helfen. Interceptors. Those have got to be the first to go. Agreed. They're fast. They were right through our fighters. Van Gogh. Colonize targets. I'm in formation. There's an enemy Van Gogh. Ja! Ich bin dort dabei! Ich bin dort dabei! Ich bin dort dabei! Magical! Ja, das ist alles! Also, wo ist die Kiddys jetzt? Die kleinen Sklaven des Imperiums! Ah, okay! Also, sie machen keinen Schaden, aber die... Disrupten die Technik! Also, Elektronik macht Puff! Ja? Wip! Ich bin so langsam! Oh, ich bin zu langsam! Ich bin so langsam! Ah, Scheiße! Ich habe noch Guter Leben am Start! Oh! Ich fasste den Nebel, oder? hey komm jetzt aber wo ist der letzte nach hier wo ist er denn seppet ja ja nur noch der sternzerstörer aber nicht in den nebeln alles klar ok ja komm gib doch mal bisschen gas oh oh aber ich doch nicht doch sterben am ende ich hab die doch jetzt wie soll ich die zonen denn scannen l2 ist doch scheiß gern was danke wo ist jetzt der scannen so ok ich kann jetzt so befehle geben ok ja schütz mal auch als jetzt mal das hier dass wir scannen nein du sollst jetzt wieder auf so nicht auf objekt ist ja so ja ok das ding ist da ja geht doch Ok 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 Ach nein man, warum kann ich das denn nicht von der linken Seite zerstören, dann habe ich von der rechts, naja es ist doch scheiße Okay, jetzt nur noch alle die restlichen Hunde erledigen Oh Jawohl, ich habe ihn gerettet Rampage Wer ist denn als nächster dran? Ey, warum kann ich mich nicht reparieren? Ja Ja, weg mit euch Digga ah ja du auch noch ich bin doch gerade fertig full repair Oder wohin? Längst du uns? Längst du uns auf unsere Seite. Ready to take on our Star Destroyer? Copy, Captain Antilles. Just get us there and we'll do the rest. You heard it, Vanguard. Guide those U-Wings into position. Stay sharp. What about the Star Destroyer's crew? If a boarding party takes the bridge, they'll slice internal security systems. The crew won't be a problem with no computer access, and all the blasts don't stop. Okay, okay, okay. Genial. Bist du zu aggressiv hier? Ach, das ist nicht mein... Ach, das ist mein Zielsystem. Bist du zu effekst? Längst du hier an 위 wechel? Längst du hier an zu persönlich. Längst du auf dichs. Längst du hier an! Dass aus ihr in die Pfand! Bordeaux, ein Neweller sind. Ja! Knapp, knapp. Knapp! Grinde nicht da rüber. Nein! Härt doch mal auf jetzt! Reicht doch mal! Danke, Bruder. Scheiße, war das knapp. Danke, ihr habt auch gut gearbeitet. Boah, jetzt noch mal Tieffighter auf drauf. Ja, als das her. Ob euch snack ich auch noch weg, ich scheiß Thai-Fighters. Nein, hör doch mal auf! Hör doch mal auf! Ich brauche mal für den Recover, mein Bruder. Korrekt. Nein, ich bin doch nicht clear, Digga, was soll denn das alles hier? Ey, die wollen nur mich. Schon wieder? Was wollen die alle von mir? Stimmt, ich hab noch was mit L1. Wo, wo, wo sind die restlichen Thais? Thai-Fighters. Hey, wisst ihr, was ich meine, wenn ich Thai sage? Ich meine Thai-Fighter. Ich hab noch über mich. Hi. Okay. Okay, regroup in der richtigen Position. Ja, genau. Ja, natürlich! Und er stürzt sich wieder auf mich! In der Normalfall! F*** mich nicht auf! F*** mich nicht auf! Ja, lass doch mal mitmischen! Okay, alle! Dann macht ihr das doch alleine, alle! Jeeey! Trusty Wingmate und Enduring Service Medal! Ja, aber! Effizienzmedaille immer noch nicht! Intelligence Apparative habe ich nicht bekommen! Alle, was das denn für Scheiß! So, der Star Destroyer Victorum ist jetzt in unseren Händen! Und für was Project Starhawk? Für was das genau ist, wird Lyndon Jarvis, der Typ, der übergelaufen ist, uns bald erklären! Vielleicht schon in der nächsten Episode von Star Wars Squadrons! Hau rein!